Oh shit, oh fuck, oh scheiße, oh kacke, jetzt kommen sie alle, ach du kacke Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minera mit dem Zottel Hallo ihr kleinen Drottel, ich connecte Nein, nicht, nicht, nicht Spaß, äh Leute, in dieser Folge hab ich einiges anzusprechen, echt einiges, ey, wir haben einen Amboss, hast du den das letzte Mal schon gebaut? Ja, ich hab schon Stierscheid, sehr nice, sehr nice auf jeden Fall, äh, unsere Pegel bleiben gleich, dank Zottel seiner Einstellungen, sehr nice auf jeden Fall, äh, und, ich hab richtig Ruckler wie in der Runde davor, echt, mit Änder, die ich nicht hochgeladen hab, weil ich da Ruckler hatte und weil wir da Probleme haben, Loll, okay, ich hab die nur, wenn ich aufnehme, ja, das, äh, liegt manchmal dran, ach du kacke, hey, warum hab ich Ruckler? Hm, naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der, 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 der Crape ist heute nicht dabei, weil der hat einen Strike kassiert, weil er zu wenig hochgeladen hat, und deshalb haben wir keine Kohle mehr, nee, deshalb können wir auch nicht mehr mit dem aufnehmen im Moment, weil der hat jetzt drei Tage Bahn, soweit ich weiß, haben wir echt keine Kohle mehr? Ja, ich hab einfach übel Ruckler, lol, ich hab einfach übel Ruckler, einfach so, kannst du irgendwie bei Minecraft ein bisschen so umstehen, so, grafen, ganz schön, ja, liegt halt an meinem Aufnahmeprogramm, ja, ach du kacke, oh man, richtig geil, ey, danke nochmal, ey, danke, Programm, ohne kacke, oh mein Gott, das hab ich irgendwie keine Ahnung, 100.000 100.000, oder? Alter, jetzt steh ich die Sichtweite noch hoch, Alter, ich, oh, Hä, alter, Übrigens, ich wollte mich bei allen Zusehern beim Zottelbär danken, dass ihr so gutes Feedback über mich dagelassen habt, Ja, weil ihr möchtet in deiner Fee nicht immer drauf herumhelden, Und irgendwie, das ist ultra, was geht bei dir ab, Zottel, deine Videos. Ja, das ist mega heftig, gerade nochmal, danke an alle. Naja, bei mir ist es genau das Gegenteil, ich wollte es gerade sagen, die letzten zwei Tage war so Minecraft ultra scheiße, ich habe jetzt sogar so eine Grafik gemacht, im Gegensatz zu allen anderen Spielen, und ich habe noch einen Apfel, im Gegensatz zu allen anderen Spielen, die ich jemals gemacht habe, oder so, oder auch im Vergleich zu den letzten Tagen. Darf ich einen Cut machen, theoretisch? Alter, das ist so ein großer Unterschied. Fuck, ich lade mir auf den Broadcaster und dann hoffe ich komm auf 8 Minuten. Ja, hoffentlich. Ach, aber effekt irgendwie. Nimmst du nicht mit OBS auf? Alter, auf jeden Fall, ich wollte einfach nur sagen, also ich das irgendwie ultra komisch finde im Moment, weil, ich weiß auch nicht, irgendwie, keine Ahnung, was ändert sich so dran? Ihr schreibt immer in die Kommentare, yo, wir finden das voll cool, das Projekt und so, und dann habe ich keine Likes oder so, oder auch fast, oder, was ich dann ein bisschen komisch finde, ist, ich habe ultra viele Kommentare aufgeschrieben. Von so vielen verschiedenen Leuten, und dann habe ich einfach keine Likes, und dann schreiben die halt immer so, ja, ist ganz cool, das Video und so, und dann, ja, habe ich so 4 Likes oder so, und Aufrufe sind bei Minecraft auch echt schlecht, ich weiß echt nicht, warum. Ich meine, ein paar Freunde haben mir echt schon gesagt, ja, hör auf mit Minecraft, aber ich will das ja machen, weil, ich finde, das ist einfach wichtig zu spielen, worauf man Lust hat. Und nicht einfach nur, irgendwie, ja, und Minecraft will ich halt spielen, deshalb werde ich das auch weiterhin spielen. So, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich habe es zwar schon ein paar Mal gesagt, aber Instagram ist jetzt fix, dass ich fast jeden Tag ein Bild hochlade, also, da bin ich, oh, hast du hier die Miene zugebracht? ... Das Problem ist, wenn du jetzt das Strike kassierst, darfst du nicht aufnehmen, die nächsten 8 Tage... Achtung sich dann die Folge einfach mal an jemand weiter gemeint, irgendwie so unprofessionell. Alter, wie kann das denn? Wie, ich bin so ein Lappen, wer? Oh, keine Ahnung. Wer? Nee, bitte nicht. Bitte nicht, äh. Mann! Mann! Falscher Endcoder ausgewählt. Okay, Leute, hatet mich für den Anfang und damit willkommen bei einer... Okay, es leckt immer noch, gut. Ähm. Ja, gut. Nee, oder? Aber dann hab ich hier... Ich starte mal Aufnahmen neu. Und meine Aufnahme startet neu. Ja, deutlich mehr FPS noch nicht wie... Doch wie früher. Aber... Ich muss noch pegeln, dass ich da keine komischen Schnittprobleme dann später hab. Ja, geht perfekt wieder. Leute, epischer Fail. Ich würde meinen gehen. Ja, ich bin schon meinen, aber ich fähle keine Kohle. Ich brauche unbedingt Kohle. Aber ich habe kaum Leben, lieber deiner Fee. Ja. Weil die haben noch gerade Tag. Nicht mehr lang. Ich würde mich auf jeden Fall jetzt auch schon mal für die schlechte Qualität dieser Folge entschuldigen. Alter. Ja, gut. Ich kannte vermutlich den Anfang. Deine Leute frecken dann vermutlich einfach. Ja. Und wie viel Gold hattest du? Ich hatte sieben. Weil ich habe immer nur noch dreieinhalb Leben. Ich finde einfach acht Gold. Alter nice. Sehr, sehr nice. Die Folge ist gerettet. Alter, ähm... Wo ich mir gleich leben oder nicht, wenn ich jetzt verreckt, weil ich dann... Na ja, irgendwie... Ach, keine Ahnung, nicht mit. Nee, habe ich nicht. Und auch keine Ofen. Ähm, aber wir treffen uns am Ende von der Folge oben. Okay. Weil ich gehe jetzt auch in die Mine runter. Weil bei... Komm, aber nur noch ein Halbloch. Habe ich schon gesehen. Schleich, meine ich. Ah, da bestell ich bin hinter dir. Strip, mein du hier neben immer rein, okay? Diamanten. Sehr, sehr nice. Äh, Lapis, okay. Alter. Falsches Texturnberg. Ja, so. Oh, Diamanten. Alter. Der Moment, wenn man Strip meint, aber nur ein Ding. Hast du Kohle? Strip, keine Ahnung, wie man es nennt. Und dann komm, wer ist. Diamant. Übrigens, du hast hier schon wieder Dings übersehen. Da ist noch mehr Gold. Wie? Ja. Da ist übel viel Gold. Alter, da ist übel viel Gold. Ich glaube, ich bin halt voll. Du sollst am besten mit einem anderen Resource sieben Gold. Alter, was? Du hast hier einfach ein bisschen was übersehen. Hä, lol. Nur wegen meiner Hautfarbe, oder wie werde ich? Ja, nur wegen deiner Hautfarbe hast du das übersehen. Ja, ich habe Gold weiter vorne gefunden. Okay, dann kann ich mich auf jeden Fall heilen. Wie viel Leben hast du noch mal? Ich habe jetzt noch sieben. So, ich baue hier einfach zu, ne? Weil da gibt es eh nichts mehr zu holen. Und ich habe keine Kohle. Da kann ich auch nicht ausleuchten. Verdammt, wir brauchen hier Kohle. Hast du zufälligerweise noch irgendwelche? Ähm... Welche? Ich habe aber noch Fackeln. Kannst du mir... Ah, nicht mehr viele Fackeln. Ich kann... Ja, okay, ich habe sechs Dicks. Da. Dankeschön. Ich denke, Kohle finden wir. Mach du hier neben mal Löcher rein, okay? Ja. Ja, ich baue mich immer einen Gang rein. Ich gehe gleich zum Anfang hin. Oh shit, ich glaube, wir kommen gar nicht mehr raus. Aber das macht nichts. Weil, meiner Meinung nach, könnten wir rein theoretisch jetzt eh zwei Folgen aufnehmen, oder? Ja, machen wir auch. Das sehe ich. Ja. Wir abgesprochen, ne? Ja, ne, von mir aus wird es gehen. Ich bin jetzt endlich fertig mit dem Lernen. Diamanten eindeutig. Echt? Ja, Diamanten. Wie viel? Ähm... Ich gucke gerade auf jeden Fall vier. Vier ist ja auch nicht schlecht. Ne. Boah. Ja, gut. Mehr wäre natürlich auch mega cool. Ja. Aber, gut. Aber vier finde ich geht halt auch klar. Weil, einfach... Und Kohle. Nice, Kohle ist wichtig. Gibt ja auch Level. Ja. Und, wenn man viel Gold hat und kein Wood und mein Pegel, okay. Ne, doch nicht mein Pegel. Ich war weit von meinem Mikro weg. Ähm. Ja, da hatte ich früher immer ein Problem. Ich war weit von meinem Mikro weg. Einmal. Und dann war mein Pegel halt verbargt, weil, ja. Keine Ahnung. Weil der Pegel dann halt hoch geht, weil er eigentlich nicht mehr hört. Und dann, ja. Egal. Versteht ihr? Ja. Hey, lol. Ich höre ein Mobby. Ich glaube... Äh? Ist das jetzt entweder, wo ich hier bin, kann das jetzt entweder ein Mob-Spawner sein oder... Ja, geh lieber weg. Es ist was anderes. Ne, es ist was anderes gewesen. Endportal. Hä? Hey, wäre geil, Endportal. Ne. Hä, lol. Ich dachte nicht. Ist das unser Gang? Ja, das war da, wo... Ah, ich weiß, wo das war. Das war da, wo ich fast gestorben wäre. Wegen so einem Skelett, ja. Oh, nice. Da bin ich wieder. Hi. Okay, ich habe mich das durchgebaut. Ich habe mir nur gerade so gedacht, hä? Alter, was ist das? Ich brauche hier gerade random irgendwie rum. Aber wen ich... Ich wäre dafür, wir gehen gleich mal hoch, wenn die 4-Minuten-Meldung kommt. Jo. Kommt eine 4-Minuten-Meldung. Ich habe hier auf jeden Fall noch viel Kohle. Ich will noch Gold oder Diamanten finden. Oder richtig, richtig viel Iron in der Folge. Also die Folge war eh schon, okay, ich baue noch schnell hier ab. Dann gehe ich hoch. Aber es war echt nice. Ich meine, wir haben Gold, oh shit, da ist Lava, ey, hallo Lava. Ja, der Anfang war halt mega verkackt bei mir für meine Leute. Warum? Habe ich auf einmal angefangen für die Leute, die da gepennt haben irgendwie. Oder ich dachte, ach, der Lava hat am Anfang eh nur kackt. Meine Audio hat rumgepackt. Ähm, ja gut, bei deiner Fee könnt ihr euch noch einen Ausraster von mir angucken. Minimal, aber gibt die Aufrufe dem alten Menschen. Ja, bitte. Bei mir, ich kriege eh keine Aufrufe mehr. Die mögen mich nicht mehr, meine Zuseher. Auf dem Ding eh nicht. Ich habe so eine Meldung von YouTube bekommen. Irgendwelche Aufruf von mir gelöscht wurden, weil die überprüft werden und vielleicht wiederkommen. Kriege ich vielleicht bald einfach Aufrufe, finde ich reißen. Ja, das habe ich gesehen, weil Folge 1 hat jetzt unter 100 Aufrufe, aber die hatte schon mal fast 200. Oder ja, das war auch nach dem einen Botting-Tag, wo die immer... Ein Tag wird ja geprüft, ja. Das ist irgendwie creepy und ergenang. Ähm, Beeilung. Ja, ja. Ja, egal, ich muss mir halt oben Ding braten und dann habt ihr eine abgeschlossene Folge, wo ich noch full werd. Ne, nicht ganz, aber... Das ist noch Gold, schnell. Ich tue hier Gold, Gold, Gold. Warte, ich hau auch Gold rein. Wo hast du die drin da? Jetzt hau ich hier oben nochmal Gold rein. Ich hab hier auch Gold drin. Du... Und legt vielleicht noch irgendwo Gold rein. Ich hab nicht mehr mehr Gold. Wir brauchen noch eine Kiste. Ach du, hinter dir! Was? Oh shit. Wieso kann er im Wasser spawnen? Hello? Wenn in der Nähe gar nicht geht... Was? Oh shit. Hä, was? Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh scheiße. Oh kacke. Jetzt kommen sie alle. Ach du kacke. Kannst du mir Ding? Was? Permasneaken, oder? Ja, weiß ich nicht. Komm mal hier hin. Warte, ich packe noch schnell mein Zeug da in die Kiste rein. Fuck! Wir brauchen eine neue Kiste. Das ist eh gleich vorbei. Wo sind die? Aber die waren sicher nicht da in unserer Nähe. Die blöffen nur, aber... Was haben die geschrieben? Ich hab nicht viel Leben und ich denk, Jan kann gucken, wie oft wir aufgenommen haben oder können's ungefähr vermuten. Alter, aber die wissen nicht, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben hier. Naja, aber echt... Ach du kacke. Neun Gold. Ich brauch Goldäpfel. Ich hab halt gar kein Leben. Oh shit, das ist jetzt echt dumm. Ach kacke. Ah, wir haben Knochen. Daraus kann ich Knochenmehl machen. Echt? Kann man... Ja. Cool. Und jetzt mach ich hier einfach mal... Was sind denn hier die Kartoffeln? Hä? Das sind... Hä? Ah, da sind die Kartoffeln. Okay, wir werden gleich gekickt. Komm lieber hier in Deckung. Ja. Ich bleib hier einfach. Weil die dürfen eh nicht in die Safe Zone rein. Und eigentlich sind die geschützt. Ich mein, da kann uns keiner was anhaben. Ja gut, wir brauchen halt auf jeden Fall einen Baum. Ja. Komm, wir gucken grad mal. Ich hab vorhin schon einen abgebaut. Oh Gott, nächste Folge wird vielleicht schon spannend. Kannst du mir helfen bitte? Hello, was ist das da? Blätter für Apfel. Blätter für Apfel bitte. Ich hab schon einen Apfel drin. In der Kiste. Echt? Ja. Dann nehm ich mir den schnell. Ja, mach ganz schnell. Wo liegt der? Äh. Ah, da. Jo. Ich will jetzt nicht gekickt werden, weil dann haben wir Aufnahmepflicht. Eine... Stand da schon eine Minute? Äh. Egal, ich futter den. Ja, ich glaub, da stand schon eine Minute. Ja, das dann an ihm. Das sind gleich weg. Okay, ich hab wieder fünfeinhalb Leben. Ja, ich hab sieben. Und wenn... Ich kann, glaub ich, noch einen Apfel machen, oder? Ich will noch mal schauen. Äh, wenn wir Strings hätten. Ich möchte mir einen Bogen machen. Wir werden eh gleich gekickt. Ja. Hä? Machen wir uns halt noch ne Dear Jazz Plate, oder? Ja, ich bin weg. Perfekt, ich kann noch einmal drauf. Ja, ich auch. Wenn ich die Runde gefallen hat, dann haut rein. Wir werden gleich noch ne Folge aufnehmen. Gebt im Video ne Bewertung und wenn ihr mein, äh, Ausraster haben wollt, wo ich mich aufregt, weil ich den Fehler gefunden hab. Aber eigentlich könnte ich mich auch freuen. Dann guckt bei einem Deiner Fee vorbei. Haut rein und schau dich. Genau, bei einem Deiner Fee. Ja, genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst euch eine positive Bewertung da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wo es hoffentlich ein bisschen spannender wird. Ciao. Ja, bata, 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 bata. Ja, bata, 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 bata. Ja, bata, bata, bata.